Oh ne, das gibt es ja nicht, jetzt will ich aufnehmen und jetzt kommt das Zeichen. Naja gut, es geht trotzdem gleich los, bis gleich. Und damit willkommen liebe Clasher bei mir im Thorsten Ratuto, beim Clan. Ihr seht das hier rechts oben, die Folge fängt genauso an wie die von gestern, nur mit einem anderen Charakter. Also mit meinem Rathaus 11 hier, ich bin im Clan Nachterben und wie ich da reingeraten bin, das werde ich euch gleich verraten. Wir gucken uns erstmal den netten CK-Angriff hier an, vom USMC auf die Nummer 9, also 7 auf Nummer 9. Und ja, ist ein ganz spannendes Ding, ich verrate mal wieder nichts, der Clan-Klick ist hier im vollen Gange. Ansonsten würde ich euch das Ergebnis nach diesem Kampf sicherlich nicht einblenden, aber ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Und von daher schauen wir mal, wie das hier eigentlich gelöst wurde. Also okay, der Sprung war, ich weiß, ich darf das böse Wort nicht sagen, suboptimal. Der Sprung war suboptimal, denn, ah doch, er war doch optimal. Guck mal, die Walküren springen da ja doch rüber. Aber okay, gerade noch so, gerade noch so reingekriegt und ihr seht das hier im Hintergrund, ich bin auch live dabei. Was der Clan jetzt sicherlich nicht weiß, glaube ich, dass ich hier so ein bisschen was, vielleicht sogar noch live mitnehme. Aber das ist ja eine Wiederholung hier, aber ich habe den Kampf auch noch nicht gesehen. Und ja, wie bin ich hier eigentlich reingeraten? Ich bin mit dem Thorsten tatsächlich gestern Abend, also fast zeitgleich, wo ich mit dem Avatar gesucht habe, beziehungsweise mit dem Avatar musste ich ja nicht suchen, dann bin ich an der Einladung gefolgt. Habe ich mich einfach mal ins Global bewegt und habe so nach dem Motto gesucht, suche netten Clan, möglichst abend- und nachtaktiv. Und ja, dann kam hier jemand auf mich zu. Dann sind die wohl genau der Richtige für mich, also die Nachterben. Also ein abend- und nachtaktiver Clan. Ich bin auch tagaktiv, allerdings oftmals nur eben mal reingucken ins Spiel, eben mal spenden. Und dann ist das gewesen. Ab und zu vielleicht mal einen Pharmagriff machen in irgendeiner Pause, aber ansonsten hält sich das bei mir am Tag ja schon so ein bisschen bedeckt. Aber schön gemacht, hier schöne 100%. Und mal gucken, ob wir den Live-Angriff hier jetzt noch gerade so reinkriegen. Ah, 15. Okay, das ist der VfB, der VfB ist leider schon durch. Der VfB ist schon durch, aber er hat zumindest mit Drachen und mit Luns angegriffen, das wissen wir jetzt. Ja, dann gehen wir hier mal raus, das werden in jedem Fall drei Sterne. Hat er gut gemacht hier, also sieht noch ganz gut aus. Der Gegner ist zeitmäßig verschoben, ganz, ganz stark verschoben. Ja, also ich bin hier irgendwann reingekommen, beziehungsweise ich hatte mich im Global so geoutet und habe dann allerdings die Naomi ein bisschen verloren. Hier ist eine der Co-Leader hier, denn irgendwie habe ich dann getippelt, ja, ich bin ja eher ein Jumper. Ich will übrigens gerade mal sehr ein bisschen angreifen. Ich bin ja eigentlich ein Jumper, der, gleich der erste Klick, jawohl, gleich der erste Klick, den Impfer mit, alles klar. Alles klar, also, ich bin ja eher im Moment mit diesem Account auch ein Jumper, allerdings jump ich so ein bisschen länger, also nicht nur so ein, zwei, so ein, zwei Geschichten, sondern ich habe ja gestern schon gesagt, das habt ihr ja auch, glaube ich, gehört und, glaube ich, auch vernommen und ich hoffe auch richtig gedeutet, ich bleibe bis nach den Clanspielen auch in diesem Clan hier und von daher, oh, was macht denn, wieso wird denn jetzt der Wordengehalt, das verstehe ich natürlich gar nicht. Ja, okay, dann ist es halt so und deswegen bin ich hier dann etwas später dann doch kurz rein, beziehungsweise das Witzige ist, ich habe sie nochmal im Global getroffen, also in einem anderen Global. Wir waren dann irgendwie kurz, kurz mal weg und in einem anderen Global haben wir uns nochmal getroffen. Da habe ich dann nochmal getippt, du, ich bin aber eher einer, der auf einer Durchreise ist und so. Ja, aber alles nicht so schlimm, hat man alles super akzeptiert hier und, ja, ist natürlich umso besser für mich, also hier rein in den Clan und, ja, in der Tat, stark nachtaktiv, stark nachtaktiv und hat mich natürlich gefreut und passt zu mir. Also, super Sache, ich habe wieder so ein bisschen Mehl gehabt, muss ich sagen, ist ein Level-5-Clan, aber ich habe ja auch gestern in der Folge beim Avatar gesagt, der Clan-Level ist mir eigentlich völlig egal. weil das Gefüge muss passen und ich glaube, für die nächsten zwei, drei Wochen wird das Gefüge hier gut passen, auch wenn es hier nicht so viele Elfer gibt, nicht so viele Zehner gibt, sondern eher so ein bisschen sich einiges im unteren Level-Bereich abspielt. Das ist aber alles nicht so schlimm. Also ich kann das alles, ich bin ja sehr tolerant. Ich bin ja sehr tolerant, sehr offen, glaube ich zumindest. Und bin jetzt nicht fixiert auf, oh, Toto, du musst unbedingt in die hohen Clans, ab Level 10, 12, 14 oder so, die da auch einen Namen haben, nee, ich bin auch gerne in so einem Clan hier, wow, kann ich einschicken. Schöner Lot hier, also ich denke mal, dass ich hier gut aufgehoben bin bei denen, ich muss mal gerade was fordern und dann, ja, ich habe jetzt echt eine ganz komische Truppe gerade am Start, oh, kann ich gar nicht machen, wegen dem einen Bovi hier. Okay, ich hau mir mal einen Schub rein, glaube ich, ja, einen, einen kann ich ruhig nutzen, oh, vielen lieben Dank für die Balance und dann blende ich euch den Clan noch ein, dann wisst ihr auch, wo ich untergekommen bin. Also es sind die Nachterben, Sainz, 4.9.2016, jetzt könnte man natürlich meinen, Mensch, die gibt es schon so lange und dann haben wir erst 32 Kriege gewonnen. Ja, sie haben sich vor zwei Monaten erst wiedergefunden, also der Clan hier ist relativ neu offen, und, aber ihr seht es hier, 50 von 50, wir sind pickepacke voll, was mich auch wirklich freut, vor allen Dingen für die nächsten Clan Games. Und herzlich willkommen, Zutritt ab TH9, keine Ruscha, der Clan Krieg ist dauerhaft, aber es ist keine Pflicht, das finde ich auch sehr gut. Clan Spiel Teilnahme ist allerdings Pflicht, ja, so ein paar Punkte sollte man hier holen. Spendenverhältnis bin ich nicht ganz mit einverstanden, 1 zu 2, ich meine, ich werde das sicherlich mit meinem Charakter hier irgendwie erbringen. Ihr wisst selber, ich bin eigentlich in der Regel ein relativ guter Spender, egal wo ich bin. Also was jetzt Truppen angeht hier, das hört sich auch wieder an, relativ guter Spender. Und von daher passt das Gefüge auch. Ja, was haben wir jetzt eigentlich, 174, wir kommen mal so ein bisschen zu Clash of Clans, Toto. Ja, wir kommen mal jetzt ein bisschen zu Clash of Clans. Ich bin so ein bisschen angehypt hier, denn ich freue mich, dass ich hier bin. Es, wie gesagt, das Gefüge passt hier super. Es sind super viele Leute, auch abends. Ich nehme hier echt recht spät auf. Und, ähm, so, jetzt muss ich eben mal tippeln. War heute schon mit Leuten von, aus diesem Clan auch im Discord hier. Also auch das freut mich natürlich ein bisschen, dass man hier so ein bisschen schnackt. Mal so ein bisschen über Tag und Abend spricht. Und ich wollte eigentlich, das, was ich ja die ganzen Tage vorhatte, ich wollte eigentlich meinen King machen, 176.000 braucht er. Und ich hab, ah, ich hab, jo, ich glaube, das kriegen wir gerade so hin. Oh, das kriegen wir gerade so hin. Ja, super, das kriegen wir gerade so hin. Dann hauen wir den auch im Boost raus hier. Das ist mir egal, ich will den ja sofort fertig machen. Und, ähm, ja, ihr seht's, 999, ich hab, ich hab gar kein Buch. Ja, ich hab meine Clanspiel Results noch nicht abholt. Also meine Clanspiel Rewards. Ich hätte jetzt noch 11 Tage Zeit. Aber dadurch krieg ich natürlich gleich das Buch hier rein. Wir nehmen hier hinten den Hammer. Ich nehme hier das Dunkle. Ähm, ich kann auch nicht sagen, warum. Da oben die drei Tränke kann ich leider nicht aufnehmen. Ich nehme den Trank mit auf. Ich nehme die Gems und die Gems, glaube ich. So müsste das passen. Ja, so passt es. Deswegen konnte ich jetzt auch gerade das Dunkle so ein bisschen raushauen. Bis fast auf Null. Also so passt es. Und deswegen kann ich auch den Kollegen hier sofort fertig machen. Ich kann ihn sofort fertig machen. Der ist jetzt allerdings nicht mehr im Boost. Den hauen wir mal gleich hinterher. Die fünf Gems, äh, gönnen wir uns. Denn wir haben ja gerade ein paar dazu bekommen. Jetzt haben wir wieder eine Aufgabe. King muss leveln. Und ich hab jetzt auch ein wenig in der... Ja, das holen wir da auch raus. Dann sind wir hier auch auf Null. Also ich kann wieder ein bisschen spenden. Und oben, ihr seht's, Gold und Elex läuft alles beim Toto hier. Also ich freue mich, dass ich erstmal hier bin. Und, ähm, ich weiß, ich klicke auf Schiff. Kurzes Update hier. Ihr seht's, ich hab's endlich gepackt. Ich bin so weit runter mit den Pokis. Also nur noch die Airbomb. Ein Tag, also die Tonne. Ein Tag, zehn Stunden. Gemmine noch. Die Kriegsmaschine noch. Und natürlich noch ein paar Forschungen. Ich freue mich. Ja, so ein bisschen freue ich mich auch auf die... auf die Geschichten hier im Nachtdorf. Ist ja nicht ganz ohne. Ihr seht das hier. Immerhin 2455 Battles gewonnen hier. Das, ähm, da kann ich dann nie sagen, äh, ich hasse das Nachtdorf. Nee, das ist mir egal. Ich mach nur meine Pflichtangriffe. Ich glaube, bei so vielen Angriffen hier, die ich hier gewonnen habe, beziehungsweise die ich... Ja, doch, es sind ja gewonnene Kämpfe. Äh, kann, kann man eigentlich nicht ganz sagen, dass ich's ganz ignoriere. Aber, na, so ein bisschen mach ich schon. Ähm, ich denke mal, im Golem-Event hier, was wir zurzeit haben. Ja, oh, apropos Golem-Event. Ich weiß nicht, ob ihr mal wieder auf dem englischen Client wart. Ich weise ja immer wieder drauf hin. Stellt den Client einmal auf Englisch und ihr verpasst hier von Clash of Clancy. Also, The Trader ist schon vor sechs Tagen gekommen. Ja, das ist der Händler. Der bietet euch was ganz Bestimmtes an. Aber es gibt hier eine Truppe, die möchte gerne etwas anderes haben. Ist echt eine witzige Story. Schöner Comic. Coming soon, the Clash Cap. Ist natürlich ein April-Scherz, aber auch das Video ist wirklich gut. Die Clash-Trappe funktioniert noch nicht richtig. Sie funktioniert schon mal so ein bisschen, aber sie funktioniert noch nicht richtig. Also auch gutes Video. Schaut's euch, schaut's euch ruhig an. Und, na, von den Stickern her, ich kann mir vorstellen, dass ich mich mal wieder selber beschenke und mir hier von den Limited Edition Stickern so ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Stück zulege oder so. Also, ich habe schon mir so ein bisschen was ausgeguckt hier. Auch das könnt ihr euch mal im Supercell-Shop anschauen. Und ich würde sagen, wir machen in jedem Fall mit den Golems noch einen zweiten Angriff. Ah, ja, 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 ja. Ich kriege gleich den nächsten Angriff mit. Finde ich natürlich sehr, sehr gut. Das ist das Gute hier, so ein bisschen am Nachterbenen, am Nachtspielenerbenen, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, dass hier natürlich dann noch abends angegriffen wird. Also, wir kriegen hier so ein bisschen live was mit aus allen Rathausstufen. Auch das finde ich für mich sehr, sehr nett. Keine Frage. Ich war, ich habe heute schon gesagt, ich war schon länger nicht mehr in einem Clan aktiv, der eigentlich unter Clan-Level 10 war. Ja, letztendlich war mir der Clan-Level immer egal. Torto hatte eigentlich immer einen Stamm-Clan. Im Moment bin ich halt so ein bisschen der Vagabund. Bin ich halt mal ein bisschen der Vagabund und hier geht es mal sehen, ob das hier durch diese Base gut durchgeht. Hier vom VfB 3 auf die Nummer 11, also 15 auf Nummer 11. Und von daher ist es für mich auch eine ungewohnte Situation, weil wir sind hier nicht viel Elfer. Ich glaube, wir haben hier drei Elfer in dem Clan. Ihr habt es ja gesehen, 50 von 50 sind wir hier. Und ich werde hier auf jeden Fall hochgelistet. Bin natürlich grün für die Clan Wars hier, oder stehe hier für die Clan Wars zur Verfügung und habe es allerdings nicht ganz so heftig in diesem Clan hier. Denn ich habe auch ganz klar gesagt, ich bin ein Casual-Spieler. Also ich bin nicht der Drei-Sterne-Gott. Und das wisst ihr selber. Aber ich gebe mir immer größtmögliche Mühe, dass ich die Kriege, die ich mit diesem Charakter hier spiele, auch ordentlich abschließe und eigentlich immer mein Bestes gebe. Wenn dann keine Drei-Sterne rauskommen, dann ist das manchmal so. Ich habe natürlich viel mitgenommen aus den vorherigen Clans, wo ich war. Mal sehen, ob ich das so ein bisschen umsetzen kann. Aber wie gesagt, es ist erstmal, ich bin erstmal untergekommen. Das war mir wichtig. Ich bin gut untergekommen. Und das freut mich vor allen Dingen, dass ich hier auch so nett aufgenommen wurde. Und deswegen denke ich mal, mache ich hier erstmal ein paar CKs mit. Ich werde hier die Clan-Spiele ganz brav mitmachen. Mal sehen, wie wir uns hier schlagen. Hier gibt es ja auf jeden Fall eine Menge zu tun. Und ich bin mir auch zuversichtlich, dass das hier eine runde Sache wird in den nächsten Wochen. Und von daher bin ich mir jetzt sicher, dass dies ein Dreistänger wird in 38 Sekunden. Das ist schon eine ganz, ganz enge Kiste. Mal sehen, ob die hier noch richtig blasen, die beiden Drachen. Oh, da ist noch Lager, Lager, Kanone. Wir gucken kurz in die Ecken rein. Da ist schon mal nichts. Und das wird, ich kann es ganz, ganz schlecht abschätzen. Es sind Dreier Drachen. Also ist ja Max Out RH8 hier der VFB3. Aber die 12 Sekunden reichen die für 3, für 2 Gebäude und ein Lager. Komm, 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 komm. Oh, nein. Aber das Lager hat ganz, ganz wenig HP. Das werden 99%. Boah, ist das ein Scheiß. Okay, ich hoffe, sein Handy oder sein Tablet lebt jetzt noch. Meine Herren. Oh, hm. Bevor es auch weitergeht, will ich natürlich nicht versäumen, euch eine Tech zu präsentieren. Also einen Dorfbesuch mal wieder. Es ist der Luki vom Clan Top Team German. Und wir schauen mal rein, wie das Dorf so aussieht. Oh, das Dorf sieht ganz gut aus. Es ist auf jeden Fall kein Engineer, sondern es ist ein Rathaus 10er, also auch mit Infernus. Und hat auch 1, 2, wo sehe ich den dritten X-Bogen? Sehe ich schon dritten X-Bogen? Aha, ich sehe keinen dritten X-Bogen. Oder ich bin mal wieder blind mit meinem Vielauge. Manchmal übersehe ich auch ganz gern was. Dann setze ich zwar die Brille mal ab, aber ich glaube, ich entdecke hier wirklich keinen dritten X-Bogen. Okay, also, hm, ka, was das ist. Aber es sieht ganz gut aus, glaube ich. Das Dorf. 4.073 Pokis. Das ist auch relativ hoch gerankt. War schon mal höher. Ah, er bewegt sich in der Range. Also, gut ab. Mach weiter so. Ich denke mal, so ein Titan ist da ganz, ganz locker drin. Truppenmäßig sieht das auch. Es sieht eigentlich ganz gut aus. Ola könnten natürlich jetzt noch ein Level vertragen. Er hat aber erstmal ein Allzauber. Ich schätze, das deutet immer so ein bisschen auf einen guten Luftangreifer hin. Denn, äh, 3er. Er hat die Lava-Hunde auf 3. Die Luns gehen jetzt noch kein weiter. Aber den Eil dazu auf, auf 4. Das deutet so ein bisschen drauf hin, dass er ein guter Luftangreifer ist. Und er hat auch, ja, er hat natürlich auch so eine Armee am Start. Also, ah, ich denke mal, ist eine gute Sache hier. Und, ähm, ich denke auch, dass er mit dem Dorf ganz zufrieden ist. Ja, 3 Devs gewonnen, 29 gewonnene Angriffe. Die Base sieht, ja, ich denke mal, die sieht gut aus. Finde ich zumindest. und, wie die Sachen hier sich so ein bisschen schützen. Ja, ich weiß, ich reite immer auf die Luftabwehren und deren in der Nähe stehenden Magertürme rum. Perfekt gemacht hier. Und unterstützt immer noch von einem Bogenschützenturm. Einmal hier, einmal da. Ja, das ist super. Von den X-Bogen auch nochmal. Also, ah, hier ist es schon ein bisschen schwer mit Luft reinzukommen. Ja, keine Frage, da musst du schon mit guten Luft rumkommen. Queen Tencel deiner Mitte. Super. Sieht echt gut aus hier. Auch wenn das eine etwas veraltete Ring Base ist, ist die trotzdem nicht mal einfach ebenso zu knacken. Vielen Dank, lieber Loki, dass du hier im Video warst. Ich habe mal wieder einen Tag abgearbeitet und mache jetzt aber noch einen Angriff. Auf wen mache ich denn eigentlich noch einen Angriff? das sind eigentlich meine Spender-Truppen. Ihr wisst ja, wenn es in den Clan Wars geht, dann bin ich immer erstmal gerne, das weiß ich auch nicht, das liegt mir irgendwie im Blut. Da habe ich, ich weiß nicht, da habe ich so einen Papa-Gedanken. So, ja, jetzt musst du deine Schäfchen erstmal versorgen, hier mit Truppen. Und das heißt, ich habe so eine extreme Spender-Armee aufgebaut, aber ich habe natürlich die zwei Golems dabei. Ich habe die zwei Golems dabei. Ah, der ist doch ein bisschen stark, das ist so eine Rund-Baste, da habe ich nicht so wirklich die guten Truppen für. Braucht dann eher so ein bisschen was Kompaktes. Und hier haben wir unseren Kompakten gefunden. Ja, der ist ja perfekt für uns hier. Also ich habe ja so ein bisschen was Kompakteres gesucht, denn das ist ja doch so ein bisschen, ich will mal sagen, es ist so eine kleine Farmer-Armee, die ich hier gefunden habe. Ich will mal schauen, wenn ich jetzt einen Loon setze, ob da schon die Luftabwehr ballert oder die Worden-Stator. Ne, tut es ja nicht, da kommt ein Tesla raus. Okay. Okay, da kommt ein Tesla raus, dann machen wir das mal so mit dem Golem und der Golem muss eigentlich nach da gehen. Ich komme nicht so gerne über Ecke rein. Ich komme ja nicht so ganz gerne über Ecke rein. Habe aber auch nur so ein paar Mauerbrecher dabei. Dann nehmen wir mal schon mal den Warden. Wir nehmen die Queen hier mit rein und wir nehmen den King schon mal mit rein. Ich glaube, hier ist ganz gut gefundelt im Moment. Für meine Truppen hier. So, ich muss mich, ich muss mich mal eben konzentrieren. Eins, zwei, drei. Ja, das ist, das ist die Totally Farm-Armee beziehungsweise doch eine Verspender-Armee hier. So, dann springen wir hier mal. Dann springen wir hier schon mal und dann muss ich mal gucken, wie das hier jetzt weitergeht. Oh, ich habe zwei Allzauber. Okay, für was auch immer. Aber die Hox nehmen wir mal hier rein und wir ziehen die Loons einfach mal nach. Wo sind wir? Wo befinden wir uns? Ah, wir befinden uns hier. Okay, manchmal verlieh ich auch gerne, gerne mal den Faden hier beim Farm, das sieht aber noch ganz gut aus. Wo ist denn mein King? mein King ist glaube ich ganz alleine. Dann nehmen wir hier mal die, okay, wir nehmen die Loons mal ein wenig in Eilung, dass die hier so ein bisschen mein King schützen. Jetzt hocken hier natürlich alle auf der Ecke. Ah, dann lassen wir, dann lassen wir es erstmal laufen. Mein King hat gut getankt hier. Vielen Dank, Dicker. Hast du super gemacht. Und meine Queen ist hier hinten auch ganz alleine am Rumeiern. Der Warden ist hier nämlich und schützt die andere Meute. Okay, dann kann ich die noch mal in Wut bringen hier. Die müssen da jetzt noch reinlaufen. Jetzt tankt nämlich mein Warden. Das ist besonders doof. Den muss ich eben mal unverwundbar machen. Hier hinten habe ich noch einen Magier. Wir haben noch einen Wunschützturm. Was machst du denn da? Ey, was machst du denn da? Okay, der Golem trägt nichts mehr zum Gewinn dieses Angriffes zu. Alles klar. Ah, jetzt bewegt er sich doch noch so ein bisschen zu einem Gebäude. Okay, den haben wir auf Null. Also es hat sich hat sich gelohnt hier hier so ein bisschen zu suchen und ich freue mich auf jeden Fall, dass ich erstmal in diesem Plan gelandet bin, euch ein wenig Rathaus 11 Content zeigen konnte. Ein bisschen was mit den Golems. Ich habe meine Clan-Burke jetzt gespart. Ich habe sogar noch ein Gift über den werde ich gleich sicherlich verspenden können und ich würde mal fast sagen, das war's bis hierhin. Habe ich noch was? Nee, ich habe nichts mehr. Haut rein, Clash on, euer Toto Clashed. Bis zum nächsten Mal.